Nächsten Mittwoch bei ATL 2 Es geht wieder los! startet das größte Serien-Event des Jahres. Ich habe neue Informationen von Torchwood. Torchwood, Kinder der Erde. Soweit wir beurteilen können, ist um 8.40 Uhr heute Morgen jedes einzelne Kind auf der Welt stehen geblieben. Hast du sowas schon mal gesehen? Noch nie. Ein Event. Wir werden kommen. Wir werden kommen. Fünf Folgen. Sie reagieren auf eine Übertragung. Eine Geschichte. Wir werden kommen. Die die Welt verändern wird. Wir kommen zurück. Torchwood, Kinder der Erde. Der Start nächsten Mittwoch um 22.05 Uhr bei ATL 2.